Yo Leute, was geht ab? Herzlich Willkommen zu einem weiteren Minecraft Tutorial in der 1.16 Version. Heute werde ich euch zeigen, wie man eine automatische Weeping Vines Farm bauen kann, beziehungsweise auf Deutsch heißen die Trauerranken, also eine automatische Trauerranken Farm. Und die ist aus mehreren Gründen ziemlich nice. Zum einen ist sie erstmal vollautomatisch, das bedeutet, wir müssen gar nichts tun, außer irgendwie in der Nähe sein. Und dann würden wir hier, habt ihr es gerade gesehen, ganz automatisch nebenbei eben diese Weeping Vines farmen. Und was jetzt cool an der Farm ist, ist, dass wir sie nochmal beschleunigen können. Denn jetzt mal angenommen, wir haben gerade eine tolle Idee, wo man mit den Ranken irgendwas cooles bauen kann oder sowas, dann können wir, wenn wir jetzt auf Anhieb mal ganz viele brauchen, einfach diesen Schalter hier umlegen. Und dann seht ihr, wie schnell die hier gefarmt werden und wie schnell sie dann hier unten in der Kiste auch ankommen. Hier vorne auch nochmal. Das ist eine ziemlich nice Sache und das kann natürlich ein bisschen laut sein wegen den Dispensern. Und wenn wir jetzt keinen Bock mehr darauf haben, können wir einfach den Schalter wieder umlegen. Und dann ist es ganz normal wieder diese Farm, die ganz langsam eben Weeping Vines dann für uns generieren würde. Und außerdem, wenn wir nochmal irgendwie ein riesiges Projekt haben oder sowas, wo wir ganz viele davon brauchen, dann können wir auch diese Farm unendlich groß bauen. Das bedeutet, da sind auch keine Grenzen gesetzt quasi. Und dazu kommt noch, dass die Farm halt wirklich super einfach ist. Ich kann hier mal rumfliegen. Das ist kein großes Meisterwerk, die zu bauen. Wenn ihr die Farm jetzt genauso bauen wollt, wie sie hier ist, also in genau dieser Größe, dann zeige ich euch einmal, was ihr dafür braucht. Ihr braucht dafür einfach nur vier Kisten, zehn Hopper, zehn Dispenser, zehn Pistons, zwölf Observer, 16 Redstone, zehnmal Netherrack, dann braucht ihr noch einen Schalter und mindestens mal eine Weeping Wine oder eine Trauerranke. Denn mit einer könnt ihr schon die Farm anfangen und dann könnt ihr halt die nächsten neun, die wir dann insgesamt noch brauchen, farmen. Denn insgesamt gibt es hier Anbauplätze bei dieser Variante der Farm für zehn Weeping Wines. Außerdem brauchen wir noch irgendwelche Baublöcke und eben möglichst viel Bone Meal. Beziehungsweise ihr braucht, wie gesagt, nicht unbedingt Bone Meal, aber wenn ihr es halt so schnell farmen wollt, wie es jetzt hier der Fall ist, braucht ihr eben nochmal Bone Meal dazu. Und ich würde sagen, ich zeige euch jetzt einfach, wie das Ganze funktioniert. Und zwar bauen wir zunächst mal zwei Doppelkisten hier hin mit einem Block dazwischen. Und dann machen wir jeweils auf die äußeren Blöcke mit Shift und Rechtsklick fünf Trichter. So, die Farm ist übrigens in den Grundzügen von dem YouTuber Mystical Cat oder Mystic Cat, glaube ich, abgekupfert, sage ich mal. Ich habe sie nur noch ein bisschen angepasst, weil ich sie in dieser Variante etwas besser finde. Aber der macht auch sehr coole Videos, könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Sind nur leider auf Englisch, aber wie gesagt, sehr gute Videos trotzdem. So, wenn wir das jetzt so weit gebaut haben, dann gehen wir einen Block daneben und noch einen und stellen da zwei Blöcke hin, wobei wir den unteren wieder weg machen. Und dann platzieren wir hier fünf Blöcke nebeneinander. Das bedeutet, einen haben wir schon, zwei, drei, vier, fünf. Und dasselbe natürlich auch nochmal auf der anderen Seite. So, und dann platzieren wir von hier gegen diesen Block jeweils einmal einen Pisten. Der wird dafür sorgen, dass später die Vines dann abgebaut werden und auch gedroppt werden. Und von der anderen Seite platzieren wir auf den Pisten drauf dann einmal eine Reihe Observer. Die werden nämlich erkennen, wenn die Pflanze wächst und dementsprechend ein Redstone-Signal ausgeben, was denn hier hinten in den Redstone reingeht. Den wir da jetzt platzieren und dann wird eben der Pisten ausgefahren. Ich kann euch das mal zeigen. Würde sich jetzt hier der Block ändern, dann würden die halt einmal ausgefahren werden und würden dann so die Trauerranken dann farmen. Also als nächstes platzieren wir dann über den Observern, also zwei Blöcke über den Trichtern im Endeffekt, eine Reihe mit den Netherrack-Blöcken, wo dann später auch die Farben, wo später auch die Ranken angebaut werden. Was wir dann machen ist, wir gehen hier hin und schnappen uns einmal die Glasblöcke, die ich natürlich jetzt nicht mitgenommen habe. Hier, zack, und platzieren hier dann eine Reihe Glasblöcke. Das wird dafür sorgen, dass die Items nicht runterfallen, aber wie gesagt, ihr könnt dafür auch Kobbels so nehmen oder was auch immer. Da oben drauf platzieren wir dann nämlich eine Reihe Dispenser, die quasi mit dem Loch hier zu den Observern gucken, meine ich. Da wird später dann das ganze Bodenmüll rauskommen. Und dann platzieren wir hier oben nochmal eine Reihe Blöcke, die dann hier so entlang geht und allerdings noch einen Block weiter nach vorne. Hier kommt dann der Schalter ran und dann werden wir hier einmal komplett Redstone entlanglegen, dass wir nämlich dafür sorgen, dass wir hier die Dispenser später aus- und anschalten können, wie wir möchten. Hier hinten platzieren wir dann auch nochmal eine Reihe Blöcke, wieder aus demselben Grund, damit halt hier auf dieser Seite nichts runterfällt von den Items. Wir wollen ja alle einsammeln. Und was wir jetzt noch machen müssen, ist einmal eine Clock bauen. Das bedeutet, damit die Dispenser halt die ganze Zeit bepowert werden, platzieren wir hier oben drauf einmal zwei von den Observern, hier ganz am Ende am besten. Weil dann können wir nämlich einfach den unteren abbauen und nochmal einen da hinsetzen. Weil jetzt werden die sich nämlich gegenseitig immer bauen, weil dieser Block ändert sich, deswegen ändert sich dieser Block. Und weil sich dieser Block ändert, ändert sich wieder dieser Block. Und die werden dann jeweils hier in beide Richtungen einmal Redstone-Signal ausgeben. Zum einen nach hier unten. Das bedeutet, die Dispenser werden jetzt die ganze Zeit das Bone Meal, was sie gerade noch nicht drin haben, aber dann eben gleich benutzen. Und zwar werden sie es dann auch anwenden gleichzeitig auf die Weeping Wines, die wir jetzt hier hin platzieren. Und zwar platzieren wir die dann einmal von hier unten gegen die ganzen Nether-Rack-Blöcke. Jetzt machen wir den hier auch nochmal schnell. Zack, zack, zack. Und dann machen wir auf dieser Seite hier natürlich auch nochmal Blöcke hin, wie gesagt, damit eben nichts daneben fällt. Mit dem Schalter können wir das Ganze jetzt aus- und anschalten. Das bedeutet, wenn das hier jetzt immer gepowert ist, dann bringt es halt nichts, dass hier noch ein Signal kommt. Die Dispenser haben schon ihr Signal bekommen und würden sich jetzt nicht nochmal ausführen quasi. Und was wir jetzt noch machen müssen, ist entweder einfach warten, denn mit der Zeit würden die jetzt wachsen und automatisch dann abgefarmt werden. Oder wie gesagt, um das Ganze ein bisschen schneller zu machen, können wir jetzt hier überall Bohnenmehl reinpacken. Das werde ich jetzt mal eben schnell tun. So, wir haben jetzt überall Bohnenmehl drin und dann können wir einfach, wenn wir jetzt ganz viele davon haben möchten, den Schalter umlegen. Und ihr seht, wie schnell sie dann wachsen und direkt abgebaut werden. Und wie die Items dann hier schön in die Trichter reinfallen und dadurch im Endeffekt dann hier auch in der Kiste landen. Das ist eine ziemlich nice Farm, wie gesagt, super einfach zu bauen. Und so ähnlich funktioniert das Ganze auch mit diesen anderen blauen Rankeln mit dem Twisting Vines. Aber nur, wie gesagt, noch ein bisschen angepasst. Und ihr seht, manchmal fliegen sie doch noch daneben. Dann könnt ihr einfach hier vielleicht nochmal eine Reihe Blöcke platzieren, damit da auf jeden Fall nichts daneben geht. Und ihr seht, wenn das Knochenmehl dann im Endeffekt leer ist, wird dann hier auch nichts mehr abgebaut. Das bedeutet, ihr müsst jetzt hier wieder nachfüllen. Aber in den meisten Welten hat man ja sowieso zu viel Knochenmehl und da kann man es einfach benutzen. Und ihr seht, mit so einem Stack Knochenmehl pro Dispenser bekommt man dann hier schon einige Vines raus. Und ja, das war eigentlich die ganze Farm. Wenn ihr bis hin geschaut habt, dann schreibt mal Hashtag Rot in die Kommentare. Und ich hoffe, es hat euch ein bisschen weitergeholfen. Und wie gesagt, zu den blauen Twisting Vines gibt es auch bei deinem Tutorial. Im Prinzip dasselbe, nur noch ein bisschen angepasst. Aber ja, wie gesagt, das kommt dann auch bald. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Bis zum nächsten Mal.